Ein Leben voller Kreativität und Stil – der Nachruf für Jürgen Hartmann Mit dem Tod von Jürgen Hartmann verliert die deutsche Modewelt einen ihrer bedeutendsten Vertreter. Der renommierte Designer verstarb im Februar 2024 im Alter von 91 Jahren in seinem Zuhause in Alsterdorf, Hamburg. Sein Ableben wurde von seiner langjährigen Freundin und TV-Moderatorin Heidrun von Gössel bestätigt. Hartmann hinterlässt nicht nur ein reiches Erbe in der Modebranche, sondern auch unvergessliche Momente und einflussreiche Werke, die seinen Namen auf ewig in den Annalen der Modegeschichte verankern. Jürgen Hartmann war nicht nur ein Designer, sondern ein Visionär, der die Welt der Mode mit seiner unverwechselbaren Ästhetik und seinem einzigartigen Stil geprägt hat. Geboren in einer Zeit des Wandels und der Wiederaufbaujahre nach dem Zweiten Weltkrieg, entdeckte Hartmann früh seine Leidenschaft für Mode und Design. Mit seiner unermüdlichen Hingabe und seinem unverkennbaren Talent schuf er im Laufe seines Lebens ein Erbe, das weit über seine eigene Existenz hinausreicht. Hartmanns Einfluss reichte weit über die Grenzen Deutschlands hinaus. Er kleidete nicht nur nationale Ikonen wie Hildegard Knef und Marlene Dietrich ein, sondern eroberte auch die internationalen Bühnen mit seinen kreativen Meisterwerken. Seine Designs verkörperten Eleganz, Raffinesse und zeitlose Schönheit und machten ihn zu einem der gefragtesten Designer seiner Zeit. Besonders bekannt wurde Jürgen Hartmann durch seine legendären Modeschauen, die regelmäßig in den renommiertesten Hamburger Luxushotels stattfanden. Diese Veranstaltungen waren nicht nur Modeschauen, sondern wahre Inszenierungen seiner künstlerischen Vision. Mit jedem Laufsteg präsentierte er der Welt nicht nur Kleidung, sondern Geschichten, Emotionen und Träume, die die Herzen seiner Zuschauer berührten und inspirierten. Trotz seines internationalen Erfolgs blieb Hartmann stets seinen Wurzeln treu und lebte bis zu seinem Tod in Alsterdorf, Hamburg. Hier fand er nicht nur Inspiration in der malerischen Kulisse der Stadt, sondern auch die Ruhe und Gelassenheit, die es ihm ermöglichten, seine Kreativität auf höchstem Niveau zu entfalten. Jenseits seiner beruflichen Errungenschaften war Jürgen Hartmann auch ein liebevoller Freund, Mentor und Lebensgefährte. Seine warmherzige Persönlichkeit, sein unerschütterlicher Optimismus und sein unermüdliches Streben nach Perfektion hinterlassen eine tiefe Lücke in den Herzen all jener, die das Glück hatten, ihn zu kennen. Mit dem Tod von Jürgen Hartmann verliert die Welt einen wahren Pionier der Modebranche. Sein Erbe wird jedoch weiterleben, inspirierend für zukünftige Generationen von Designern und Künstlern. Möge sein Name immer mit Respekt, Bewunderung und Dankbarkeit in Erinnerung bleiben und möge sein Vermächtnis die Welt weiterhin mit Schönheit und Kreativität bereichern. Ruhe in Frieden, Jürgen Hartmann Du wirst für immer in unseren Herzen weiterleben. Ruhe in Frieden, Jürgen Hartmann